Somsi hat wieder geedit, das ist aber sehr schön. Da freue ich mich ja richtig. Jetzt habe ich wieder nicht drauf geachtet, was es hat. Ich wünsche mir einen neuen PC und bekomme keinen. Was mache ich falsch? Ich wünsche dir halt einen alten PC. 2095, ich meine, der war ja eigentlich auch ganz gut, aber wir lassen den natürlich auch wieder stehen. Nein, Murmel hat eingeladen. Oh, da muss ich jetzt aber mal drauf. Murmel, Murmel. Kennt ihr Murmel von Sabrina spielt, ja? Wo ich jetzt exklusiv eine Partnerschaft mit Murmel eingegangen bin und wir jetzt zusammen Raids machen. Ich und Murmel, jetzt kommt Murmel auf die Liste. Murmel gewinnt die Raidmania. Wenn ich Murmel sehe, nehme ich jetzt immer Murmel an. Total unparteiisch. Murmel muss das neue Maskottchen vom Kanal werden. Da kommt nämlich dann auch kein Bild von einem Pokémon hin. Da kommt ein Bild von Murmel hin. Ich sag's euch. Und das ist der Ablauf und das mache ich jeden Abend. Gestern habe ich gefühlt, was heißt gefühlt? Ich habe gestern ca. 25 Leute rausgeschmissen. Ich konnte denen nichts mehr schicken. Ich hatte von denen kein Geschenk. Da habe ich 25 Leute rausgekesselt. Buford. Aber unten drunter standet doch Murmel. Ah! Ich muss kurz hier reingucken. Wenn es zu wenig sind, muss ich schnell wieder raus. Ich muss auf Murmel. Ah, 2. Ich muss schnell zurück. Schnell Murmel, Murmel, Murmel. Wo ist Murmel? Hier ist Murmel. Nur noch 10 Sekunden. Die Murmel rollt. Guck mal, der 2. Punkt für Murmel, hä? Was wollt ihr ja tun? Niemand. Ramses, das ist Schiebung. Du kannst ihn nicht bevorzugen. Ne, doch. Das muss ich jetzt machen. Die würde ich wahrscheinlich jetzt nehmen für den 3. Oh, Shiny. 20,91. So ein Saftladen. So eine Tüte voller Lucia. Einfach mitgenommen. Ihr seht, wie viele Raids haben wir heute gemacht? Bis zum Shiny? Nix. Und warum kam das Shiny? Weil wir zwei Murmel-Rates mitgenommen haben. Und das hat damit gar nichts zu tun. Gut. Braucht jemand das Shiny noch? Also ich brauche es eigentlich nicht mehr. Ich habe eigentlich genügend jetzt davon. Aber geht wenigstens schnell zu fangen. Da freue ich mich besonders. 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 Bis zum nächsten Mal.